Ein fröhliches Miau und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seven Days to Die, Juhu! Jeha! Scream laut! So, schönes Ständchen am Morgen Kann man doch nicht verwehren Und Zack Schön rein Schön leise So, jetzt bin ich safe Ist hier jemand nachgespawnt? Nein, mein Tresor ist noch immer nicht blutreif Also rennen wir jetzt mal kurz Juhu! Wusste ich natürlich, dass hier noch ein Loch ist So haben wir jetzt alles Den hab ich schon Jawohl Hallo, ist jemand hier? Ich hoffe, ich brech mir nicht Oh, die Shit war knapp Ich habe hier zwei Tresore zu klopfen Ja, herzlichen Dank auch Und da oben habe ich schon gelootet Aber da habe ich gerade was gesehen Und eine Mülltonne ist hier noch zum looten Natürlich nichts drin Eins, zwei So Kurz klopfen Warum sind überall Klos? Die haben doch hier ein Klo-Tick Die Funpims Ah, herzlichen Dank auch Hier sind wir viel zu viele So Was könnten wir denn jetzt so labern? Ich klopfe jetzt hier nämlich die Nacht hier Schön klopfen Na, wir klopfen hier fleißig Du bist durstig Bin ich das? So Schön weiter klopfen 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 Klar könnte ich mich jetzt auch wieder aus der Hocke erheben Aber das ist dann so laut Also klopfen war hier schön Und Das wäre langweilig, wenn ich jetzt da Sehe ich denn hier noch was? Muss repariert werden Ich kriege die Pimpernellen Jetzt brauche ich schon wieder Äh, da ist doch mein Versteck Jetzt habe ich wieder keine Steine Ist irgendwie bei mir so klassisch, ne? Nie Steine Also Gehen wir Raus und holen uns wieder ein paar Steinchen Ich komme mittlerweile sofort so, ob ich mir Warum mache ich das immer so? Ich habe erstens oben immer Steine, ne? Zum Reparieren Da Eins Zwei Noch irgendwo was Steiniges Ja Ja So Dann schnell wieder zurück So Es ist doch eigentlich Dunkel Ich habe doch eine Funzel Ne? So Jetzt sollte da Teile sein Hä? Ach ist doch schon Frei Ich will hier weiter klopfen Schön Klopfi, klopfi, klopfi Hier guck mal Jetzt haben wir 100% Aufmerksamkeit Wenn ich Licht ausmache Nur 95 Alles so dunkel, ne? Ohne Licht Komm Wir hauen hier uns tot Wenn wir das gemacht haben Werden wir Noch draußen ein bisschen rumschlawinern Und versuchen Äh Ich eben Stamina recken muss Kann ich so lange hier mal ein bisschen Gucken Joa Hört sich doch mal ganz Sieht doch schon mal hübsch aus, ne? Also jetzt haben wir hier wieder Stamina Können also weiter klopfen Klopf, klopf, klopf Geht doch mittlerweile relativ schnell Ne? Ich bin ja ruckzuck Im Waffenschrank auffauen Hust, 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 ne? Noch 200 Hitpoints 190 Hitpoints 100 Hitpoints Und? Ja Hübsch Kann man nicht meckern Was haben wir hier noch? Huh Psss Ui Deswegen will ich Unbedingt Neu machen Hier meinen Eingang Weil Ich habe keinen Bock Mich immer mehr hochzufrehen Weil guck mal Ich Hoppla Weil es ist wirklich Mit Äh Wenn du Voll Hä? Wie bin ich denn jetzt da? Runtergeplumpst Jetzt Ich komm noch nie mal vor Jetzt Und So Und das geht Stab auf die Stamina Ne? Deswegen möchte ich Neuen Eingang So Der kann ja gerne bleiben So Hier Also Auf Zu Äh Erstmal brauche ich mal Woodframs wieder Ich habe viel zu wenig Dann Holz, 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 Holz Ich habe doch noch Holz Sag mir nicht, dass ich kein Holz mehr habe Stein habe ich Gut Hoppla Ich habe wirklich keine Steine mehr Keine Steine mehr Keine Steine mehr Ist besser als mein toller Kompon Bogen Gut So Wo ist es? Ich habe wirklich gar kein Holz mehr Das scheinen mir aber hier irgendwie ein bisschen Wo ist denn mein Holz? Ich habe wirklich kein Holz mehr Das ist ja hier wirklich eine Suspekt mehr etwas Suspekt das ganze so wärme gut muni ja muni ist gut ich habe wirklich gute muni Ja kann man nicht sagen ich habe wieder 100 Schuss Pistole Läuft bei dir auf jeden Fall bei mir Ich muss mal kurz nachladen So Nachgeladen ist es So das heißt wir müssen jetzt Holz klopfen gehen leider Wie viel brauche ich für ne Für nen Dings Sag schon äh Klappe Ich brauche wie viel Warte 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 So Hier kann es ja ruhig so sein Und dann hätte ich gerne hier meinen Lift Wie viel Hitpoints hat er da die Decke? Nur 2000 Na gut Klopfen wir mal hier 2000 weg eben 500 natürlich So komm Hau schneller du Depp Hat nicht viel funktioniert Hat nicht viel funktioniert Komm Komm Wir da ist das Dürft eigentlich nicht sein Komm Baltamas 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 Komm ihr wisst nicht warum ich das machen soll ne toll haben wir uns direkt ja auch schon wieder kaputt ich werde wahnsinnig so immer schön draufhalten schön drauf so jetzt vorsichtig hier komme ich raus also wo sind meine lupen machen wird erst mal vier stück die erste luke kommt hierhin ich will immer noch beim platzieren drehen bei den lugen so klack klack funktioniert das noch ich hoffe das ist doch nicht euer ernst ne so hier komme ich raus also muss das erstmal weg schuldigung wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen aufhalte mit meinen lupen aber ich will das unbedingt jetzt machen brauchen wir glaube ich noch mal fünf ne ich hoffe so funktioniert dieser trick noch hä das ging mal voll gut mensch jetzt ich verstehe das ey das ging mal nö ne man muss das jetzt nehmen ich warne dich wir das muss jetzt hier genauso und ich will das jetzt ausprobieren ob dieser alte trick noch funktioniert kann man hier reingehen rund so hier Vielen Dank. Das ging mal, ich schwöre. Das ging wirklich gut früher. Warum will das nicht? Das muss doch irgendwie funktionieren, weil ich mich doch ein bisschen schon nach oben bagge. Das ist mal ernsthaft. Weil ich bin doch jetzt weiter oben. Jetzt sag nicht, bilde ich mir nur ein. Okay. Okay. Jetzt bin ich schon wieder ein oben. So langsam wird mir das wirklich etwas suspekt, schwöre ich dir. So. Deckel drauf, obwohl hier muss ja auch noch hin. So und auf die Luge, zu die Luge. Jetzt hier aber. Jetzt hier aber. Alles klar. Ich habe gar nichts verstanden, aber egal. Also nochmal. Nein. Mein Bein. Mein erster Beinbruch. So, jetzt kann ich nicht mehr so gut hüpfen. jetzt gucken. Jetzt gucken. Gucken wir mal. Funktioniert mein Konstrukt? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Und. Ha! Ich bin oben. Ich bin oben. Wusste ich doch, dass es noch funktioniert. Jetzt. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es, dass es noch funktioniert. So, jetzt ist 6 Uhr fast. Aber ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Wo ist mein Splint? ich hatte mal ein splinti wo ist mein splint 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 ich hab doch mal ein splint gefunden jetzt mal ernsthaft wo ist mein splint ich sag nicht dass noch hier drin nee der ist dann nicht mehr drin ich habe aber irgendwo noch ein splint also ein dingsbums bin ich jetzt wirklich blind ist er hier nicht habe ich da schon was drin habe ich noch immer nix drin also muss hier drin sein da schiene ich bräuchte mal meine schiene ja habe ich mein da in gar nicht den wiederholen benutzen und zu so ich habe wieder Durst ich habe immer Durst so hier was zu trinken drin noch nein so ich komme natürlich wieder nicht hier weg ich weiß komm mach hin komm mach den letzten ich will meinen holz wieder so zack schuh und jetzt geht es wieder los und tue wo geht es eigentlich jetzt zum waldbiom ich habe noch nie hier so ich hätte gerne hier mal hin so südlich von hier also los geht's inventar ist nicht wirklich leer aber sollte reichen so weiter komm baby so aber ich würde sagen für heute war es das auch ich wünsche noch einen schönen Tag und sage miau miau so ja